Hallo Leute, willkommen im Schuljahr 2018-2019. Ich hoffe, ihr startet genauso motiviert wie mir. Falls ihr euch fragt, warum wir heute zu dritt hier sitzen, wir haben Verena an Bord geholt, weil sie nicht nur eine super Sportlehrerin ist, sondern weil sie auch Englisch unterrichtet. Ja, und das ist unsere Überraschung auch gewesen, die wir euch zu Ende des Schuljahres versprochen haben. Wir haben viele Anfragen bekommen und viele waren eben darunter, die uns gebeten haben, diesen Kanal auf Englisch zu produzieren. Also haben wir Verena an Bord geholt und haben auch gleich Videos produziert und damit können wir euch jetzt den neuen englischen Kanal der Fizz Ad Class präsentieren. Wir hoffen, ihr abonniert auch den. Das ist möglich, rechts oben, wie gesagt, oder im Abspann findet ihr auch eine Möglichkeit. Genau, und zehn Videos sind schon online. Wöchentlich wird, wie gehabt, eines dazukommen. Und damit ihr auch was davon habt, sind die ersten 40 Videos unveröffentlichte Videos. Das heißt, es macht auch Sinn, den neuen Kanal zusätzlich zu abonnieren, weil man dann eben immer wieder neue, spannende Inhalte finden kann. Wir machen natürlich auch mit diesem Kanal weiter. Wir bleiben beim Upload-Zeitpunkt wie immer Mittwoch 7 Uhr. Beim englischsprachigen Kanal kommen die Videos immer am Sonntag um 17 Uhr. Das heißt, wenn ihr regelmäßig reinschaut, habt ihr erst pro Woche zwei neue Videos. Genau, und dann bleibt uns eigentlich nur der Wunsch, dass ihr regelmäßig schaut, dass ihr uns abonniert, dass wir einen hohen Daumen bekommen von euch, denn so werden unsere Videos leicht gefunden in YouTube. Wir wünschen ein schönes Schuljahr 2018, 2019. Vielen Dank. Vielen Dank.